Hey, ich bin´s, das Kältchen. Und das ist das Stadtquartier Neckarbogen. Das Projekt Neckarbogen startete als Teil der Bundesgartenschau 2019. Heilbronn nutzte die Chance, eine große Brachfläche von der Deutschen Bahn zu kaufen und zu einem Stadtteil der Zukunft zu transformieren. Im ersten Bauabschnitt entstanden 22 Häuser, Grünflächen und Parks. Dieses nachhaltige Quartier bietet modernste Infrastruktur, Cafés, Begegnungsstätten und eines der höchsten Holzhäuser Deutschlands.